Das Coronavirus spaltet unser Land. Jetzt meldet sich Kardinal Schönborn zu Wort und rät, sich mit Respekt zu begegnen und an der Impffrage keine Freundschaften zerbrechen zu lassen. Denn lange war unser Land nicht mehr so gespalten wie jetzt. Impfen ja oder nein? Corona-Maßnahmen ja oder nein? Ein kleines Virus stellt uns vor eine gesellschaftliche Zerreißprobe. Unversöhnt stehen die Positionen einander gegenüber. Nicht nur in der Öffentlichkeit. Der Riss geht quer durch die Familien, den Freundeskreis. Jeder von uns kennt Erzählungen davon oder hat solche Erfahrungen selber schmerzlich machen müssen. Das Gespräch wird schwieriger, die Kommunikation bricht ab. Verbissenes Festhalten an der eigenen Position statt ruhiges, sachliches Argumentieren. Wir brauchen dringend einen Ausweg, ein neues Miteinander. Ein Patentrezept gibt es wohl nicht. In der Impffrage gibt es nur ein Dafür oder Dagegen. Es liegt aber an uns, wie wir damit umgehen. Ist die Impffrage so wichtig, dass daran Beziehungen und Freundschaften zerbrechen müssen? Wenn wir uns schon nicht vertragen, so ertragen wir uns wenigstens. Etwas mehr Geduld und Respekt täten gut. Kardinal Schönborn selbst hat einen großen Respekt vor den Ärzten und dem Pflegepersonal auf den Covid-Stationen. Sie behandeln alle gleichermaßen Geimpfte wie Ungeimpfte und zwar schon lange an ihrer eigenen Belastungsgrenze.